Erstmal Melina, herzlich willkommen bei uns. Heute ist der wievielte Tag? Ich glaube der fünfte. Der fünfte Tag? Wie fühlst du dich? Sehr gut. Heute wurde die Schiene entfernt. Genau. Hat auch alles nicht weh, auch nur die Ebenen zu können oder der Sprint. Ich schaue mal jetzt auch von der Seite. Das sieht wirklich toll aus. Genau so in Form. Vor allem von der Seite. Von vorne sieht das noch ein bisschen angeschworen aus, aber das wird immer, immer besser. Ja, ich bin schon gespannt. Wie hast du uns gefunden? Durch Instagram. Durch Instagram? Ja. Sehr schön. Und wie war die Untersuchung, Kontrollen bei dem Arzt? War alles selbst. Konntest du dich auch verständigen? Ja. Er spricht ja auch Englisch. Ja. Du sprichst auch Englisch. Ja, das hat funktioniert. Oder wir haben hier auch eine deutsche Betreuung immer dabei. Weißt du, du... Das sieht wirklich toll aus. Es passt voll zu deinem Gesicht, Melina. Ja. Würdest du das jedem empfehlen? Ja, kann man empfehlen. Ja, kann man empfehlen. Nimmt auch nicht viel Zeit. Also du hast jetzt nur eine Woche ungefähr geplant für diese OP. Und das reicht vollkommen aus. Und du kannst ganz normal deine normalen Aktivitäten fortführen. Ja, das stimmt. Ich wünsche dir eine schöne Rückreise. Komm gesund nach Hause an. Hat uns sehr gefreut. Und dein Name ist super, super schön, Melina. Viel Glück. Danke. Danke.